Let's Play Aufnahmen hasse, wenn sie sehr eintreten. Auf Platz 3. Was ist auf Platz 3? Keine Ahnung. Ich hab nur zwei nervige Dinge. Okay, auf Platz 2. Fraps. Legis, Legs. Oder auf Platz 1. Der Dinge, die ich am meisten bei Let's Play Aufnahmen hasse. Jawohl. Schaut mal, es dauert als Player und da wird alles aufgeklärt. Schleichwerbung. Und ich sollte aufpassen mit dem Save States. Was mach ich denn da? Also, das ist kein Schleich mehr. Das ist, äh... Keine Ahnung. Das ist zu extrem, was das selbe macht. Ja, wer kann mit 10 FPS... 5 FPS spielen? Die Antwort? Ich. Hier scheint jemand zu sein. Was ist denn das da? Ist es Terpentine oder sowas? Komisch. Naja. Wahrscheinlich füllte da seine... Äh... Ich will's gar nicht wissen. Ich wollte sagen, seine Pisse, ne? Ne? Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es hier keine Klos gibt. Es wird sogar einen Sinn ergeben. Hier gibt's echt keine Klos. Die Armen. Ich frag mich, wo sie hinpissen oder hinkacken. Oh, kack der Sam eigentlich hin. Ah, der kackt gerade. Seht ihr? Der kackt auf das Bett. Der Feinde. Und ich kack jetzt gerade auf Fraps. Ey, ich schwör auf euch, das regt mich hier gerade so auf. Äh... Ich raste gleich aus. Gleich erlebt den Freak Out mit einer heißeren Stimme. Ey, das ist voll das Star Wars Display hoch 2. Ich schwör's euch. Ich kann's doch nicht aufnehmen. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mach' ne Aufnahmepause. Ich mach' jetzt gleich ne Aufnahmepause, wenn's runter geht auf 5 FPS. Ne. Komm, ich mach' jetzt... Ja, okay. Es ist runter auf 5 FPS. Auf 2? Auf 1? Okay. Wisst ihr was? Ich mach' ne Aufnahmepause. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn's nicht mehr so laggt. Bis gleich. Scheiß Fraps, ich schwör' ich hasse Fraps. Ich komm' mir n' anderes auf. Mein überkommt, das fängt doch nicht. Ja, ich hab' mal ein bisschen Pause gemacht. Ganz kurz eigentlich, so 5 Sekunden. Also nicht wundervoll, dass jetzt die Musik gerade nicht gepasst hat. Dieser Fernseher ist sehr, sehr nervig. Wer hat den da hingestellt? Entschuldigung, war eh kein besonders teurer Fernseher. Sehe ich dem an. Wahrscheinlich so 40 Euro. Höchstens. Was haben die Indonesier für ne Währung eigentlich? Ich hab' keine Ahnung. Oh nein. Hm, ich frag' mich, warum sie schutzliche Westen anhaben. So, ich glaub' jetzt geht's eigentlich wieder. Ah, ich nehm's zurück. Oh Gott, mit Legs kann ich nicht spielen. Komm rein. Das tut meinen Skill beeinträchtigen. Mein Oberpro-Skill. Habt ihr ja im letzten Podcast, äh, in den letzten Level gesehen, was für ein Skill ich da hatte. Wie ich mich da in den Straßen Jehoosalems geschlagen habe. Und? Schnapp' ich ihn mir. Und? Ja, ich drück' jetzt gerade meine Maus, falls ihr gerade geklickt gehört. So. Das war wieder Zeitlupen-mäßig ganz extremus gemacht worden. Das ist ein Nebeneffekt vom Spiel. Ach, Spiel leckt doch nicht. Ich kann's play. Ich kann's play with this. Alter, eigentlich hab ich den PC neu gestartet. Und ich hab alle Anwähungen geschlossen. Ich hab' keine Ahnung, warum das leckt. Null Ahnung. Echt jetzt. Okay, okay, ich schläg' mir jetzt nochmal raus. Ich habe gerade die Quick-Safe. Scheiße! Kopfschluss anlegen! Alarmstufe 2, Fischer. Wenn du ausgeschauten hast, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer, wir können uns keine weiteren Opfer heist. Boah, ich bin gerade ätzend zu zocken, ich schlör's euch. Das ist so ätzend, gerade zu spielen. Das macht gar keinen Spaß. Ne, ich lach' das. Das war das Spiel, äh, beziehungsweise Fraps. Fraps hat mich gelingt. Also, wenn's... Weiterhin, bei meinen Let's Place Select werde ich ein anderes Aufnahmeprogramm. Ich hab' keine Ahnung, was es für andere Aufnahmeprogramme ist, für Fraps, äh, außer Fraps gibt's. Aber es gibt Google. Und Google kann mir dabei helfen. Hoffentlich sind die anderen Aufnahmeprogramme besser. Und ich glaube, ich werd' das jetzt auch gleich umsetzen, wenn es noch weiterhin auf 5 FPS ist. So, wenn ich den jetzt nicht kill, dann... Okay. Oder wisst ihr was, ich glaub' ich mach's gleich. Ich soll's gleich machen. Hm. Fraps. Ich geb' dir noch eine Chance. Wenn du jetzt gleich... runtergehst, wenn du jetzt weiter runtergehst, äh, äh, wenn du jetzt noch einmal runtergehst, auf maximal 3 FPS, werde ich ein anderes Aufnahmeprogramm mir holen. Gut, Glück gehabt. Okay. Ja, 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 jetzt mach ich's nicht so ne große Welle. Ich weiß, ich hab' verloren, das war mit Absicht. Ich wollte mich mal kurz wärmen, aber kalt. Es ist mitten in der Nacht, da ist einem halt kalt. Irgendwie am Winter. Ein Real Life zumindest. Was ist denn hier eigentlich, geht's hier weiter? Nee, sieht nicht so aus. Hier vielleicht auch nicht. Hier ist wieder so ein Bambus. Äh, vor, Zaun, whatever. Ah, ja, die schönste Weise zu gehen, oder? Hä? Ah, da noch geht's noch und, da geht's noch unten. Oh, okay, nee, oh, okay, nee, das ist glaube ich. Oh, Mann. Folgen, äh, verabelt dich von Grimm. Wir werden in ein paar Sekunden den Kontakt verlieren. Vor dir müssen irgendwo Kupferspulen oder Gitter sein. Die Raffinerie ist ein Funkloch. Viel Glück mit den Piloten. Wir haben keine Verbindung, solange du unter Tage bist. Ich habe nichts gegen ein bisschen Ruhe hinzuwenden. Okay, nicht wundern, falls es hier gerade wieder übersprungen ist. Fraps hat gerade irgendwie die Aufnahme abgebrochen. Habe ich aber zum Glück, äh, früh bemerkt. Ach ja, Fraps, ich lieb dich. Ich lieb dich auch, Fraps. Wollen wir Kinder kriegen? So richtige kleine Aufnahmeprogrammskinder. Aufnahmeprogrammskinder. Sicherheitsstufe, Leute. Ja, ohne ein bisschen der Kettys, ohne eine Alarmstufe geschafft. Schönen Dank auch wieder an Fraps. Fraps, ich hab dich so lieb. Fraps, ich hab dich lieb. Lieb, 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 lieb. Ich hab dich lieb. Fraps. Lalalalalalalala. Fraps, ich hab dich lieb. Und diesen Typen hab ich natürlich auch lieb. dadadadadadadadada TGA DL ok wüsste was ich hole mir jetzt ein anderes auf einen Ölgramm das war das letzte Mal dass wir mit FRAPS aufgenommen haben verabschiedelt euch von FRAPS ok FRAPS sag noch ein letztes mal tschüssi Okay, und bis gleich, ne, mit einem anderen Aufnahmeprogramm, Fake Day Fraps, bis gleich. So, ich begrüße euch wieder, ich habe leider jetzt kein neues Aufnahmeprogramm, weil ich kein anderes gefunden habe, und wenn ich eins gefunden habe, dann muss man sich irgendwo registrieren, kostet es 50.000 Euro, bla bla bla, deswegen muss ich Fraps leider jetzt immer noch verwenden, und es läuft momentan ganz flüssig. So mag ich's. Oh Gott, Wissenschaftler, was machen die denn da? Okay, ich habe schon einen Plan, wie wir da vorbei können. Oh Gott, da sind Bachmänner. Hier gibt es viele Lichter, die kann man nicht so einfach ausknipsen, aber wir können immer noch Folgendes machen. Ja, da kommt schon einer, und der geht schon die Sache, höre ich auf den Strich. Auf den Strich. So, umgehauen. Das war der erste. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. médium Vielen Dank.